hi leute und willkommen zurück zu sein im letzten part haben wir von frau doktor blakes lee ein sicherheitsschlüssel bekommen den wir brauchen und jetzt schauen wir mal sollen wir den gleich benutzen oder sollen wir erst den anderen holen genau für die vfk anlage war dieser wir können aber auch erst zu jasper gehen seinen komischen schlüssel noch holen damit wir dann gleich beides auf dem planeten machen können das heißt wir müssen erst nach olympus kapitän an unknown vessel is approaching our ship their intentions are currently indeterminate once i deduce their intentions i will play one of two audio signals a cheerful fanfare if they are friendly alarms that they are hostile their intentions are no longer unknown the unknown vessel has deployed a boarding mechanism they will attach themselves to our airlock and attempt boarding shortly that sound indicates that a boarding mechanism has successfully attached to our airlock captain i am pleased to inform you that we are currently in the process of being boarded captain hawthorne installed a lethal shock trap on our airlock in the event of a an invasion i am prepared to deploy this trap at a moment's notice the invading ship appears to be a decommissioned storage vessel the crew are either pirates or freelancers my opinion of their competence is low that is unlikely judging by the state of the invading ship and the competence of the boarding party i deduce they are incapable of paying for dinner their ship is using a tracking device too sophisticated for their primitive astrogator i conclude they are receiving outside assistance if you prefer to make an escape i can disable their boarding mechanism however as long as that tracking device remains on board their ship they will be able to find us again understood captain i will be deploying the unreliables lethal deterrence system um please approach the airlock and enjoy the show i love this ship sky flammenwerfer let's try to fill it now initiating warm welcome protocol please maintain a responsible distance let me ask Ada what else she got trapped let me ask Ada what else she got trapped und wir müssen ellie wieder auf aggressiv stellen muting volume now we must be able to do it ufff looks like our opponent knows how to play defense ok ok Moment, wer hat jetzt die Schlüsselkarte? Du hast die Schlüsselkarte. Wer spät? Ach nee, komm. Ich gehe. Huh? Was that? Caution! I'm back! Centrifuge Mode Activated Here we go! Not bad, huh? Scour Ripper Mode Lying in the dirt is unsanitative Health alert! H-Halo Mst H-Halo Mst Meinlich müsstest du gleich sterben Halt's off Das ist der letzte von ihnen. Plasma wäre 2.0, ne? Schand 280 bis 1100. Ja, kein Wunder, soviel Schaden bekommen habe beim ersten Versuch. Wann es noch was Schönes hier? Nö. Mal gucken, wie wir uns hier näheren möchten. Guten Tag. Du kennst, ich bin ein bisschen entschuldigt. Ich dachte, dass du mit den Regeln spielst. Wir könnten eine gute, old-fashioneden Bordung haben. Jetzt bist du in meine Bücher, schweigst du mit dem Boden. Ein bisschen Respekt für das Schiff, ist das zu viel zu fragen? Ja, aber ich hatte alle Intentionen, Ich habe mich nicht verletzt, oder in der Bühne, oder was ich. Du bist der Kapitän der Unreliable, bist du in Emerald Vale gelegt, und was du hast, Gorgon, hast du meine Arbeit verletzt. Du und ich sind in ein bisschen eine Situation. Ich bin nicht bezahlt, wenn du tot bist. Und ein Mann muss ein Leben machen. Du verstehst? Möchte ich nicht mit meinem Roboter. Oh, zu wenig Schlossknacken. Nachrichten. Nun bekommen wir Absender. Okay. Ah ja. Ich muss mal gucken, welcher Charakter Schlossknacken hatte. Und den wieder in die Gruppe. Ähm. 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 Champion. Scheint nichts besonderes dabei zu sein. Ein weiter. Ähm. Ein weiter. Ja. Nochmal. Wartungsgerät. Wartungsgerät entfernen. Ich kann das in die Luft jagen, das Schiff zufällig so ein bisschen. Oder mitnehmen. Ersatz. Ein weiteres. Ähm. Ein weiteres. Puddy Ah ja Was bekommen? Als ob jetzt Kritische Tabermater ignorieren, 100% Rüstung Yes Yes, yes, yes Do return in one piece, Captain Genau, er hatte Hecken plus 10 No 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 Guten Tag. Es ist wunderbar, dass so immer mit geportet werden in Fahrstühlen. Perhaps I shouldn't have mentioned anything. Terminating security search. Ah, ja. Uh-huh. Uh-huh. Come on, Max, get up! That's the last of them. Steh mal auf, du. Hier, nimm schluck. Ich hab aber nicht gesagt, renn rein und sterben. Ich hab das auch von hinten geschafft. Da irgendwie hin. Nehmen wir doch das große Tor. Aha. Mhm. Hm. 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 Ist da was gebraucht? War das drin? Was ist denn? Ne. Ne. Wir müssen da hinten hin auf jeden Fall. Natürlich wieder an. Ah, ja. Gen... Ähnlich. Sich ähnlich, ja. Ein bisschen Heilung. Ein bisschen Heilung, ein bisschen Heilung, Überbrückungsdinger. Was? Wir sollen doch nicht zu dir, ne? Nee, die hieß anders. Darf ich? Ich... Sonst hier runtergekommen? Ich frag später, warum die da eingesperrt ist. Danke. Schau. Ich mach dir das. Wir müssen das noch mal machen. Ich hab das Schlitten über mich. Wer sind gesagt, was er? Ich hab meine Werteid. Ganz auf die Werteidung zu schützen! Die Schuss gibt es ... Ich gehe das nicht zu schützen. Gaunte. Oh nein, dasě. Wir werden müssen. Das ist gut, eigentlich. Wolltest du hier raus? Hier ist die... Neee. Dammit. Dammit. Ich hatte es. Die Formule war in meinem Kopf, und ich hatte es fast. Ich war so nahe zu einem Breakthrough, ich konnte es praktisch fühlen. Du hast wirklich die schlechte Zeit zu manifest. Oh, hang on. Ich sehe was passiert. Du bist echt. Ergo, nicht ein Hallucination. Das ist interessant. Interesting. I have several questions for you. Let's start with the obvious. Who are you, and how are you even alive? No, you don't. There's nothing interesting in the chem lab. There's nothing interesting in Gorgon at all. Gorgon is a featureless rock dragged along by the gravitational current of a barren asteroid belt. The chem lab is a graveyard. You won't find anything there but the dead. Dr. Olivia Ambrose was one of the finest scientists in the colony. If you're risking your life to retrieve her journal, there's likely a good reason. If you've set your heart on exploring my old labs, I won't try to dissuade you. Indulge me with a favor, and I'll give you the access you want. The electromechanical turbine is offline. Without any power, I can't possibly continue my work. Be a deer and reactivate it for me. That's all I ask. Take the elevator to the storm platform at the top of this facility. Reactivate the turbine, and I'll give you the access you want. Can I hit the cart and steal the loot? No, we'll do it so, as the quest has. will aber ich mache mir jemanden speicherstand vielleicht kann man ja so ein bisschen das hinterher überprüfen so schauen komplett hoch hat er ja gesagt und Genau das Ding. Sollte ich eigentlich benutzen, wenn wir. Jetzt stelle ich vor, wir haben eine Metallrüstung an. Ah ja. Oh Ich hab gesagt ihr sollt hierher kommen, was ist denn daran? Da, auf die Plattform kannst du gehen, kommst du her, kommst du her, brav. All right, I'm going. Well, that's quite the impressive sight. All right. Oh. All right. All right. Abkürzung. All right. All right. All right. All right. All right. I suppose I have you to thank for realigning the machine. Of course, Jasper, you imbecile. You'll need my voice to get into the chem lab. I'm obviously not coming with you so I'm giving you a recording of my dulcet speech. This recording should get you into the chem lab. I hope whatever you're after is worth the trauma. I wouldn't go back there if I was higher than the mercury levels in a can of saltuna. Wait. Take my gun while you're at it. If you end up dying on Gorgon, there's a non-zero chance I'll feel partially responsible. Neither of us want that. Die, perhaps? Automechanical sentries are generally programmed to ignore corpses. I don't like the idea of going back to that place. To that life. Yes, I know it's not me risking my throat gallivanting around Gorgon. It's you, for whatever madcap reasons you've got. I've helped you once and I don't feel great about it. I made a clean break from Gorgon, and now it feels like you're asking me to tether myself back to that place. If you'll excuse me, my experiments cry out for my attention.